Ich glaube, dass man sagen kann, dass in der Zwischenzeit in den deutsch-griechischen Beziehungen doch vieles sich entwickelt hat. Wir haben ein großes Interesse daran, dass Griechenland nicht nur ein Mitglied der Europäischen Union ist, sondern ein starkes Mitglied des Landes und ich glaube auch gut ist letztlich für Griechenland.